Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2. Hallo und willkommen. Heute ist Dienstag, der 5. Dezember. Ich bin Clemens Benke. Euren Stadtnachrichten-Podcast, den gibt es jeden Tag, von Montag bis Freitag, immer ab 17 Uhr. Und bei uns seid ihr damit bestens informiert über die wichtigsten Ereignisse in unserer Stadt, über das, was gerade läuft bei uns. Zum Beispiel in Sachen Klimaprojekte und wie die jetzt bezahlt werden können. Denn nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse fehlt viel Geld in der Haushaltskasse des Bundes und davon ist eben auch Hamburg betroffen. In welchem Umfang und was da jetzt schnell passieren muss, dazu spreche ich gleich mit unserem Finanzsenator, mit Andreas Dressel, der ist heute bei mir im Podcaststudio. Einen Vorschlag hat er dazu in unserem Gespräch schon gemacht. Covert einfach das Sondervermögen Bundeswehr. Dieselbe Struktur, dieselbe Verortung, dieselbe Regularien. Schreibt dann nicht Bundeswehr drauf, sondern Transformation und Infrastruktur. Damit zum Beispiel auch in die Bahn investiert werden kann. Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel mit Blick auf die derzeitige Haushaltsnotlage, die auch Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsprojekte in Hamburg haben kann. Andreas Dressel ist ja auch Vorsitzender der Tarifgemeinschaft der Länder. Und in dieser Eigenschaft fährt er in dieser Woche zur dritten Tarifrunde nach Potsdam. Auch darüber sprechen wir gleich nach unserem Hamburg News Überblick mit Markus Steen aus unserer Stadt Nachrichtenredaktion. Was für ein Schnee hier bei uns in Hamburg. Und dazu kommen noch die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Die gute Nachricht, laut unserer Polizei ist es bisher zu keinen schlimmen Glätteunfällen gekommen. Nur die Köbranbrücke musste heute Morgen kurzzeitig gesperrt werden, weil sich dort mehrere Lkw an der Steigung die Zähne ausgebissen hatten. Frank Böttcher, du musst das als unser Wetterexperte doch wissen. Gefühlt gab es schon ewig nicht mehr so viel Schnee hier bei uns in Hamburg. Oder täusche ich mich da? Da muss man tatsächlich ein bisschen weiter zurückblättern bis ins Jahr 2013. Wir haben also jetzt da draußen gerade die höchste Schneemenge seit fast zehn Jahren, zuletzt am 24. März 2013, mal Werte um zehn Zentimeter Schnee herum. Also ein seltenes Ereignis. Danke Frank. Übrigens kann es auch morgen noch weiter schneien. Die Temperaturen sollen dann aber wieder leicht über den Gefrierpunkt steigen. Ihr habt es gerade von unserem Wetterexperten Frank Böttcher gehört. Wir haben so viel Schnee wie schon seit Jahren nicht mehr hier bei uns in Hamburg. Und das bedeutet natürlich auch, heute ist gar kein guter Tag, um mit dem Flugzeug von Hamburg nach München zu fliegen. Der Münchner Flughafen hat zwar nach einer rund sechsstündigen Schnee- und Eisunterbrechung seit heute Mittag seinen Betrieb wieder aufgenommen und kurz danach ist auch eine Maschine der Lufthansa aus New York dort gelandet. Trotzdem müsst ihr nach wie vor mit Einschränkungen im Flugverkehr nach München rechnen. So werden immer noch viele Flüge in die bayerische Hauptstadt gestrichen. Im Zweifel meldet euch sicherheitshalber bei eurer Airline. Gute Nachrichten von unserer Hamburger Schulbehörde. Immer mehr Schüler fangen nach ihrem Abschluss in der 10. Klasse mit einer Berufsausbildung an. Rund 1.900 Schulabgänger haben unmittelbar mit einer Ausbildung begonnen. Das sind über 44 Prozent der Abgänger, was ein Spitzenwert ist. Ein Grund für diese Rekordquote ist laut Schulsenator Thies Rabe auch das neue Schulfach Berufs- und Studienorientierung in der Stadtteilschule, das die Schüler auf den Übergang in den Beruf vorbereitet. Thies Rabe, im Moment ist die Lage auf dem Ausbildungsmarkt doch gut, oder? Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, insbesondere aus den anderen Bundesländern, für die Hamburger Ausbildungsplätze hat deutlich abgenommen. Dadurch haben Hamburgs Schülerinnen und Schüler bessere Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Hamburg Aktuell. Tatsächlich die meisten Stadtnachrichten. Hier bei Hamburg 2. Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel ist heute bei mir im Podcast-Studio. Hallo erstmal, Herr Dressel. Schön, dass Sie hier sind. Ja, guten Tag. Sie haben im Moment auch ordentlich zu tun. Sind Sie eigentlich von der Finanzbehörde jetzt zu Fuß hierher gekommen? Über drei Weihnachtsmärkte müssten Sie dann gehen? Die waren jetzt ehrlicherweise noch nicht offen. Aber ich war immerhin gestern mit der Familie auf Weihnachtsmärkten hier unterwegs. Also insofern, wir gucken hier raus, es schneit, also mehr Weihnachten geht nicht. Es ist eine sehr schöne weihnachtliche Stimmung gerade in Hamburg. Absolut und ich meine, wirklich großes Kompliment hier an den Sender. Hier kommt auf jeden Fall Weihnachtsstimmung auf. Sind auf jeden Fall gut vorbereitet, auf jeden Fall. Haben Sie den Lieblingsweihnachtsmarkt hier in Hamburg? Also ich freue mich natürlich, den auf dem Gänsemarkt erweiterte Mittagspause, dann mal schnell rüber gehen. Natürlich ist der auf dem Rathausmarkt ganz toll. Er ist allerdings dann auch manchmal sehr voll. Also ich finde tatsächlich den auf dem Jungfernstich auch sehr schön, weil er sich so ein bisschen länger zieht und man hat immer den Blick auf die Alstertanne. Also insofern, ehrlicherweise hat mir gestern der am Jungfernstich am besten gefallen. Waren Sie gestern mit der Familie am Jungfernstich? Sind Sie so ein Weihnachtsmensch, so ein Familienweihnachtsmensch? Ja, also gestern war irgendwie plötzlich mal, hatten wir alle parallel zwei Stunden Zeit und sind dann tatsächlich dann in die Stadt gegangen. Und alle Weihnachtsgeschenke vielleicht auch schon zusammen? Nee, da sind wir noch an den Anfängen. Alles klar. Wir müssen über Geld reden, Herr Dressel. Das ist in der aktuellen Situation auf jeden Fall gegeben. Schuldenbremse ist ja das Thema aktuell auch bei uns in Hamburg, beziehungsweise die Auswirkungen der Schuldenbremse. Sind Sie denn eigentlich ein Gegner oder ein Befürworter der Schuldenbremse? Ich bin im Grundsatz ein Befürworter der Schuldenbremse. Ich habe die ja in Hamburg auch mit in die Verfassung selber reingeschrieben. Ich finde das richtig, dass man die hat, weil ansonsten, wenn man sie nicht hätte, würden wir wirklich wieder uferlos in die Verschuldung reinlaufen. Das, glaube ich, kann man auch mit Blick auf die nächsten Generationen nicht gut finden. Aber ich bin auch dafür, dass man Flexibilität nutzt, die die Schuldenbremse haben könnte oder haben kann. Dass wir zum Beispiel eben in Notlagen reagieren können. Das, glaube ich, haben wir sehr beherzt gemacht im Bund, aber auch in Hamburg. Und jetzt geht es natürlich darum, wie man die notwendigen Transformationsfinanzierungen auch sicherstellt, dass unsere Industrie auch zukünftig in Deutschland eine Zukunft hat. Und da müssen wir, glaube ich, ein bisschen noch was drauf geben. Da gehen wir auf jeden Fall ins Detail für die Dinge, die auch wichtig sind für uns in Hamburg. Also die Schuldenbremse ist ja erstmal eine gute Sache. Das verhindert eine Verschuldung für zukünftige Generationen. Das kommt vielleicht noch hinzu, dass es, glaube ich, schon mal wichtig ist, dass man das einmal weiß. Der Bund darf sich mit 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes weiter verschulden. Die Länder haben damals ein bisschen kühn vielleicht, muss man sagen, gesagt, nein, bei uns gar keine Verschuldung mehr. Wir dürfen sozusagen nur noch in konjunkturellen Krisenzeiten und in Notlagen eine Verschuldung aufnehmen, die dann aber eben in anderen Zeiten wieder zurückbezahlt werden muss. Das heißt, wir sind im Normalfall, haben wir eine Nettoverschuldung null. Hier in Hamburg geht es auch. Für alle Bundesländer. Für alle Bundesländer geht es aber in Hamburg natürlich auch. Und das ist vielleicht etwas zu sportlich gewesen. Es gibt also auch nicht wenige, die sagen, Mensch, warum haben wir nicht zum Beispiel 0,15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts? Also dann wäre nämlich der Verschuldungsgrad, den wir haben können und sollten, ist ja 0,5 Prozent. 0,35 hat der Bund sich genehmigt. Und eigentlich sind 0,15 frei. Und da sagen auch nicht wenige, Mensch, vielleicht waren wir da etwas zu kühn. Ihr hört Hamburg aktuell euren Stadtnachrichten-Podcast. Finanzsenator Andreas Dressel ist heute bei uns im Podcaststudio. Und wir sprechen über die Auswirkungen des Haushaltslochs der Bundesregierung auf unsere Stadt, auf Hamburg. Herr Dressel, Sie haben am Wochenende in der Süddeutschen Zeitung ein Sondervermögen gefordert. Ein Sondervermögen für Transformations- und Klimaschutz. Was hat es damit auf sich? Es geht ja jetzt letztlich darum, nach dem Urteil aus Karlsruhe, wie gehen wir alle damit um. Und natürlich ging es ja letztlich darum, da wurde nicht irgendein Klöderkram von Herrn Habeck finanziert, sondern es ging ganz real darum, dass Produktionsanlagen in Saarland, in Sachsen, in Sachsen-Anhalt, jetzt auf Klimaneutralität getrimmt werden. Dass wir neue Betriebe... Ja, und bei uns in Hamburg ja auch. In Hamburg auch. Da waren Ypsal-Projekte mit dabei, wo es um Wasserstoff ging. Also ganz, ganz wichtige Themen und wir müssen ja unsere Industrie klimaneutral hinbekommen, damit die nicht abwandern und die Arbeitsplätze hier verloren gehen. Das heißt also, es war nicht jetzt irgendwie, wie ja manchmal so getan wird, dass es linksideologische Klimaprojekte, von denen niemand was hat. Also das ist ja ein Kampfbegriff von Konservativen. Es ging ganz real und fragen Sie mal in der Wirtschaft rum. Die sind jetzt darauf angewiesen, dass dieser Einstieg auch in die Transformation funktioniert. Deshalb, die Projekte waren sinnvoll. Die Finanzierung hat so jetzt nicht geklappt. Die hat Karlsruhe verworfen. Und deswegen mal einen Vorschlag, den ganz viele wirtschaftsweise ja auch haben. Lasst uns doch so ein Sondervermögen machen, im Grundgesetz verankert, wie das Bundeswehrsondervermögen. Dann ist nämlich auch der Konflikt mit der Schuldenbremse weg. Dann ist es quasi wie so eine Sonderausnahme von der Schuldenbremse. Und wenn es im Grundgesetz steht, dann ist es ja auch kein Verstoß gegen das Grundgesetz, weil dann ist es dort auch auf derselben Ebene geregelt. Und das finde ich eine kluge Forderung, die jetzt viele wirtschaftsweise erheben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn CDU und FDP, diese stehen ehrlicherweise im Bremserhäuschen bisher, wenn die sich an dieser Stelle bewegen. Und da habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich wollte gerade sagen, wenn Sie eine Grundgesetzänderung wollen, dann brauchen Sie ja die Mehrheit auch der Oppositionsparteien. Wenn Sie so eine Forderung stellen, gehen Sie denn davon aus, dass Sie dann die Mehrheit auch bekommen? Also sprechen Sie dann vorher mit Ihren Länderkollegen zum Beispiel, ob die hinter Ihnen stehen bei so einer Forderung? Also alle sind im Moment in der Not. Wie gehen wir jetzt mit der Sache um? Und insofern, jeder guckt jetzt nach konstruktiven Lösungen. Jedenfalls auf der Ebene der Länder. Und ich bin ganz sicher, dass auch auf Bundesebene geguckt wird. Da laufen ja auch die Beratungen. Und das Gute ist, an so einer Geschichte wäre, man müsste nicht grundsätzlich an der Schuldenbremse rumschrauben. Denn die ist ja für CDU und FDP sakrosankt. Lindner hat ja schon gesagt, an der Schuldenbremse, da gibt es nichts zu rütteln. Richtig. Und in Wahrheit geht es ja darum auch, und da verstehe ich auch, Herr Lindner, dass wir nicht jetzt uferlos neue Schulden machen wollen. Es geht sozusagen darum, die Schulden, die jetzt nötig sind, um die Transformation voranzubringen, die auf eine ordentliche neue Grundlage zu stellen. Insofern, glaube ich, ist das etwas, womit man auch Herrn Lindner gewinnen kann. Und die CDU ehrlicherweise vielleicht auch. Denn das Sondervermögen Bundeswehr, das haben die ja im letzten Jahr auch mitgemacht. Und insofern haben wir vielleicht eine Chance. Denn ehrlicherweise sind ja jetzt von diesem Urteil auch ganz viele CDU-Ministerpräsidenten betroffen, die jetzt bei Friedrich Merz auch anklopfen und sagen, Friedrich, hast du super gemacht, da in Karlsruhe diese Klage da angestrengt. Aber die Auswirkungen, die treffen uns auch in den Ländern. Die treffen die Länder auch. Ich würde ganz gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, Herr Dressel, und dieses Urteil nochmal ein bisschen erklären für unsere Hörerinnen und Hörer. Also das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, da ging es um den umstrittenen Nachtragshaushalt von 2021. Danach durften 60 Milliarden Euro an den benötigten Krediten damals zur Bewältigung der Corona-Krise eben nicht umgetopft oder umgewidmet werden. Es fehlen also 60 Milliarden Euro für dringende Klimaprojekte. Frage an Sie, welche direkten Auswirkungen hat dieses Urteil auf unsere Stadt, auf Hamburg? Also das Gute ist erstmal, wir haben solche Buchungstransaktionen nicht gemacht. Das heißt, wir haben diesen Sonderfonds nicht bei uns in Hamburg? Also genau, wir haben das nicht. Einige Länder haben sowas ja gecovert für den eigenen Landeshaushalt. Das haben wir nicht. Ich fand es auch riskant. Also insofern, ich will jetzt das Urteil auch gar nicht kritisieren, weil sozusagen alle, die sich mit Haushaltsrecht auskannten und auskennen, haben auch gesagt, das war schon auf Kante genäht. Insofern nicht völlig überraschend, dass es jetzt auch so ausgegangen ist. Wir haben natürlich geguckt, was heißt das für mittelbare Auswirkungen? Hat die Bürgerschaft uns auch gefragt. Nun in der Tat sind jetzt von den, gerade was wir Transformationen im Hafen, im Wasserstoff, auch andere YPSAI-Projekte. Also Projekte, die der wirtschaftlichen Transformation dienen, sind bedroht. Die sind bedroht, weil aus diesem gestoppten Fonds sind ja auch Zusagen an Hamburg gemacht worden. Genau. In welcher Höhe ungefähr? Wir haben das alles mal aufgelistet. Also sozusagen, es kann durchaus auch in einen siebenstelligen Bereich reingehen. Also durchaus auch eine Liste, weil es natürlich auch weitere mittelbare Auswirkungen haben kann. Also insofern bedroht ist jetzt erstmal durchaus auch ein sechsstelliger bis siebenstelliger Betrag. Und das ist tatsächlich sehr bedauerlich und natürlich auch ein Stück besorgniserregend. Deshalb setzen wir sehr darauf, dass die Ampel jetzt in den Tagen jetzt auch eine Verständigung findet. Letztlich wie sie nicht nur den Haushalt 23, dafür haben die ja eine Lösung gefunden, sondern wie sie den Haushalt 24 jetzt auch aufstellen können. Und zwar so, dass die Projekte des KTF, des Klimatransformationsfonds, auch gesichert werden können. Das wäre, glaube ich, eine völlig falsche Konsequenz, in dieser Lage, bei der konjunkturellen Lage die Transformation zu kürzen. Oder auch, was völlig absurd ist, da sind ja auch Bahninvestitionsprojekte mit drin. Dass wir in der Lage bei der Bahn kürzen, das ist einfach etwas, wo auch ehrlicherweise doch auch CDU, FDP sehen müssen, das kann man niemandem erklären. Das heißt, man muss dann auch an der Stelle auch ein bisschen in den sauren Apfel beißen und auch den Finanzhandlungsrahmen auch erweitern. Welche Hamburger Projekte, welche Hamburger Klimaprojekte sollten denn aus diesem Fonds mitfinanziert werden, die jetzt offen sind? Also ein Beispiel zum Beispiel, wir haben ja auch... Wie viele sind es insgesamt, Entschuldigung? Es sind jetzt eine ganze Liste, wir haben das jetzt mal... Ungefähr 30, glaube ich, über 30 Projekte. Ja, also das ist eine ganze Liste. Ja, so ordentlich. Und da ist zum Beispiel auch mit dabei, wir wollten ja das Kohlekraftwerk Moorburg in einen Elektrolyseur, Wasserstoff-Elektrolyseur, also sozusagen um die Energie der Zukunft auch nach Hamburg zu holen. Wir haben auch Projekte im Bereich Mikroelektronik, Ipsay. Also das sind schon ein paar dabei, die... Das große Wasserstoffprojekt im Hamburger Hafen ist, glaube ich, sehr wichtig. Genau, das können wir uns ehrlicherweise nicht leisten. Wir haben eine große Chance, mit dem Hamburger Hafen auch beim Wasserstoff vorne mit dabei zu sein. Wie sieht es in der Stahlproduktion aus? Natürlich, wir haben ArcelorMittal, die Themen haben. Wir haben aber auch Auhubes beispielsweise. Das hat ja gerade der Energiegipfel hier im Norden stattgefunden. Und einfach, wenn man mal Arubes sich anguckt, niemandem ist geholfen. Dem Klima nicht, wenn die hier nicht mehr produzieren. Den Arbeitsplätzen nicht, der Wertschöpfung nicht. Und dann verlegen die ihre Produktion nach Indonesien zu schlechteren Klimastandards. Das sind dann, die Arbeitsplätze hier sind weg, die Steuereinnahmen sind weg, die Wertschöpfungen sind weg. Das kann nicht richtig sein. Und da muss man jetzt auch ein bisschen ordnungspolitische Grundsätze mal hinten anstellen, wenn es darum geht, in dieser Krisenphase auch die Wirtschaft da rauszubringen. Es gibt aber trotzdem schon Projekte, die aus diesem Sonderfonds angestoßen worden sind bei uns in Hamburg und die jetzt stattfinden können. Ich glaube, das müssen wir auch erwähnen. Genau. Also es ist tatsächlich jetzt nicht alles betroffen. Was ist das zum Beispiel? Also wir haben ja, also natürlich gehen wir fest davon aus, dass wir die Förderung jetzt auch für den U-Bahn-Ausbau, also U4, U5, dass das jetzt auch nicht betroffen ist. Das ist auch ein anderer Finanzierungstopf, aus dem das bezahlt wird. Aber natürlich, wenn insgesamt im Bund das Geld fehlt, dann wird er natürlich anfangen, weil wir ja häufig bei diesem Bund-Länder-Finanzierung zahlen die einen, was weiß ich, 90 Prozent, die anderen zahlen 10 Prozent oder 75, 25. Das heißt, wir haben schon die Sorge und erste Anzeichen dafür gibt es auch, dass der Bund jetzt anfängt zu sagen, na, wir müssen mal über die Förderanteile reden. Ihr müsst jetzt näher bezahlen. Wovon soll ich das nehmen? Und das gilt ja für meine anderen Länderkollegen auch. Das heißt, da warne ich hiermit auch den Bund nochmal, jetzt nicht zu sagen, weil die Not im Bund groß ist, nehme ich es mir von den Ländern, denn wir haben auch nichts abzugeben. Das wäre gerade meine nächste Frage gewesen. Wo würden Sie denn, wenn das Geld jetzt nicht kommt aus dem Klimatransformationsfonds, woher können wir das nehmen in Hamburg? Wegfallende Bundesförderung in dieser Größenordnung kann ich nicht, kann Hamburg nicht kompensieren und kein anderes Bundesland kann es nicht. Also daran denken Sie auch nicht, dass Sie das aus irgendeinem anderen Topf holen oder sowas. Pause los an solche, aber ich müsste dann ja sozusagen hier so dramatisch auch Kürzungen vornehmen an anderen Stellen, dass dann auch man sagen kann, wenn der Bund nicht in der Lage ist, seine Förderzusagen einzuhalten, seine Förderanteile einzuhalten und zu sagen, bitte, ich kippe euch das jetzt hier mal vors Haus, dann hat es der Bund abgeblasen und der hat dann auch die politische Verantwortung zu übernehmen. Wir können es nicht kompensieren. Wir dürfen ja auch keine Schulden machen. Darüber haben wir ja vorhin auch schon gesprochen. Wir dürfen ja auch keine neuen Schulden aufnehmen aufgrund der Schuldenbremse. Genau und eben eigene Sondervermögen jenseits des Grundgesetzes dürfen wir auch nicht machen als Land, weil wir natürlich sozusagen abgeleitet sind von der Bundesschuldenbremse. Der Hamburger Klimaplan, also Klimaneutralität bis 2045 ist ja auch recht ehrgeizig. Ist der denn jetzt irgendwie betroffen von dem aktuellen Urteil des Bundesverfassungsgerichts? Nein, wir haben ja das im Prinzip zweistufig, die Gesamtstadt 2045 und unsere öffentlichen Unternehmen. Wir sind ja in ganz vielen Unternehmen in der Stadt, in Energiewerken, Hochbahn, Messe und so weiter beteiligt. Da sind wir schon fünf Jahre vorher fertig und wollen die Klimaneutralität erreichen. Und das Gute ist, dass zum Beispiel ist etwas, wo ja auch unsere öffentlichen Unternehmen selber Kredite aufnehmen können. Die arbeiten ja wie Wirtschaftsunternehmen und Wirtschaftsunternehmen, wenn sie gut investieren, haben ja auch keine Probleme mit Krediten, wenn man die auch entsprechend zurückzahlen kann. Das heißt, da haben wir Wege gefunden und die engagieren sich sehr tapfer, die Klimaneutralität zu erreichen. Und wir alle merken das, wenn wir zum Beispiel in emissionsfreien Bussen fahren, dass das Thema richtig gut vorangeht in Hamburg. Okay, aber bei den anderen Themen, da sehe ich jetzt eine Paz-Situation. Wie wäre da jetzt Ihr Lösungsvorschlag? Bringt es jetzt vielleicht nochmal auf den Punkt? Also der Bund muss jetzt, das ist ja jetzt auch geplant, die sitzen in Berlin ja fieberhaft zusammen und gucken in diesen Tagen, dass sie einen Vorschlag machen für 2024. Ich habe jetzt mal einen Vorschlag gemacht mit einem im Grundgesetz abgesicherten Sondervermögen, Transformation, Klimaschutz, Infrastruktur, diese Themen zu adressieren. So schnell werden sie sich darauf, glaube ich, in Berlin nicht verständigen, aber man wird ja noch gute Vorschläge auf den Tisch legen können. Wir rechnen ja auch mit einer Verständigung jetzt in den nächsten Tagen. Haben Sie irgendwelche Informationen aus Berlin? Ja, ich weiß, dass Sie im Prinzip bis zu versuchen wollen, jetzt heute, morgen, übermorgen auch an einem Paket zu basteln. Weil wenn man den Haushalt 2024 noch vorher auch auf den Weg bringen will, dann muss man im Prinzip in dieser Woche ein Paket schnüren, weil es muss dann ja noch durch Bundestag und Bundesrat. Und der 22. ist der letzte Tag vor den Weihnachtsferien. Ja, also bis Weihnachten muss es ja getötet sein. Also wir haben jetzt mal ganz vorsorglich mal für uns im Kalender einen Bundesrat am 22. in den Kalender eingetragen. Also wenn der Bund was hinbekommt, werden wir nach Berlin gerufen und dürfen dann hoffentlich zustimmen. Lassen Sie mich trotzdem noch mal über den Worst Case sprechen, Herr Dressel. Wenn wir das nicht hinbekommen, wenn dieser Fonds, wenn es den nicht geben sollte, so wie Sie ihn jetzt auch hier bei uns gefordert haben, was bleibt Hamburg dann? Also wie kann Hamburg seine ehrgeizigen Transformationsprozesse im Bereich Klima, zum Beispiel Wasserstofferzeugung im Hamburger Hafen, das ist ja ein großes Projekt, ein teures Projekt, wie können wir das trotzdem irgendwie wuppen? Also es würde dann, und das muss sowieso eine Notwendigkeit sein, dass mehr privates Kapital bereitgestellt wird. Das heißt, wir müssen dann, und das wird ja immer nur dann bereitgestellt, wenn man schneller in die Wirtschaftlichkeit kommt. Letztlich dienen ja öffentliche Finanzierungen dazu, um eine Anschubfinanzierung zu leisten, bis etwas wirtschaftlich ist und dann eben sich auch wirtschaftlich selbst trägt. Und das heißt, wir müssen schneller auch in die Wirtschaftlichkeit bei solchen Projekten, das sollten wir sowieso. Das heißt, es wird dann eben länger dauern, es wird vielleicht nicht alles so gelingen und wir werden dann auch mehr Abwanderungen in andere Länder sehen. Und man muss ja sagen, die Amerikaner powern da ohne Ende, die Chinesen, andere auch. Und wir sind jetzt sozusagen so ideologisch verbohrt, dass wir sagen, naja, wir haben irgendwie 66 Prozent Verschuldungsquote in Deutschland, in anderen Ländern weltweit deutlich über 100, da will ja gar keiner hin. Ja, aus der Nummer kommen wir ja auch nicht mehr raus mit der Schuldenbremse. Nein, das ist auch in Ordnung so, aber ich finde, wir sollten in der Frage, wo wir gefühlt ja im Moment mehrere Notlagen parallel haben mit Ukraine, mit dem Nahostkonflikt, mit der Energiesituation, mit der Flüchtlingssituation, all die Themen zusammen. Und ich finde, da würde ich mir gerade von Parteien wie CDU und FDP ein bisschen mehr Flexibilität wünschen im Interesse der Arbeitsplatzerhaltung in Deutschland. Herr Dressel, lassen Sie uns zum Ende unseres Gesprächs nochmal über die Tarifverhandlungen der Länder sprechen. Die laufen ja gerade. Für Sie geht es jetzt am Donnerstag nach Potsdam zur dritten Verhandlungsrunde in Ihrer Eigenschaft als Vertreter der Tarifgemeinschaft der Länder, also für die Arbeitgeberseite. Mit welchen Angeboten fahren Sie denn da jetzt hin? Es gibt ja Hauptforderungen der Gewerkschaften, Nebenforderungen der Gewerkschaften auch gesagt, was geht und was eben auch nicht geht. Und wir haben zum Beispiel für den Hauptforderungen, also letztlich 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro, gesagt, wir können uns vorstellen, den Tarifabschluss für Kommunen und Bund zu übernehmen. Der besteht aus einer Einmalzahlung, dann Einmalzahlung in Tranchen, in Teilbeträgen und dann einer linearen Erhöhung. Diese Struktur sind wir bereit zu übernehmen. Und der Bund hat ja auch eine Möglichkeit uns geschaffen, dass diese Einmalzahlungen steuer- und abgabenfrei sein können. In welcher Höhe sind die denn ungefähr? Also die Abgabenfreiheit gilt für bis zu 3000 Euro und das läuft bis Ende 2024. Das heißt, wir können uns vorstellen, da einen Weg zu finden, diese Einmalzahlung aufzuteilen. Das können wir alles besprechen in Potsdam, das werden wir auch besprechen. Und dann wird sich danach anschließend eine lineare Erhöhung und die muss natürlich deutlich über dem liegen, was wir beim letzten Tarifabschluss hatten mit den 2,8 Prozent. Aber ich habe eben auch darauf hingewiesen, alle Forderungen der Gewerkschaften zusammen kosten 20,7 Milliarden Euro für alle TDL-Länder. Und wir haben über die finanziellen Probleme gerade gesprochen. Das ist zu viel, das können die Länder nicht leisten. Und insofern müssen wir da am Verhandlungstisch eine Lösung hinbekommen. Ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass uns das gelingt. Wie gesagt, wir haben zu allen auch die Nebenforderungen. Da geht es ja um studentische Beschäftigte, die Stadtstaatenzulage, unbefristete Übernahme von Auszubildenden und so weiter. Zu allen Sachen haben wir Vorschläge gemacht, was geht und was nicht geht. Und ich glaube, wir sind alle erwachsen genug, um uns da auch zu einigen. Stadtstaatenzulage, darauf würde ich gerne nochmal zu sprechen kommen. Das ist ja eine Kernforderung der Gewerkschaft von Verdi. Das ist ja eigentlich eine sehr nachvollziehbare Forderung, finde ich. Im Hamburger Abendblatt steht heute ein Artikel über den Allgemeinen Sozialen Dienst und dessen Leistungen zum Thema Kinderschutz. Da fehlt Personal und zwar nicht in geringer Menge. Die Mitarbeiter müssen Überstunden machen. Das Kindeswohl sehen einige als gefährdet an. Aber auch in anderen Bereichen macht diese Stadtstaatenforderung doch durchaus Sinn. Ist es nicht so, dass wir bei uns hier in Hamburg 7000 offene Stellen haben, aufgrund von Bewerbern, die lieber ins Umland gehen, weil sie da mehr Geld bekommen? Also eine Kernforderung ist ja diese Stadtstaatenforderung mit dem Hintergrund, es muss sich auch lohnen können, in unserer Stadt zu arbeiten und auch hier leben zu können. Das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Können Sie das nachvollziehen? Also das Anliegen kann ich natürlich nachvollziehen. Aber wir müssen doch sehen, dass die Frage, ob man im Ballungsraum vom Gehalt beim öffentlichen Dienst leben kann, hängt ehrlicherweise nicht am Stadtstaatenfaktor. Das sollen ja bis zu 800 Euro mehr sein. Die Forderung ist glaube ich 300 Euro. Ja, aber es gibt Angestellte, die 800 Euro mehr brutto bekommen, wenn sie ins Umland wechseln, als hier bei uns in Hamburg. Also wir haben ein Delta, das heißt, das ist ja klar, dass der Kommunenabschluss ist vorausgelaufen auf der Zeitachse. Das heißt, wir müssen jetzt, wir müssen, nein, es ist dieselbe Gewerkschaft, aber es sind zwei Tarifverträge. Einmal für Kommunen und Bund und einmal jetzt für die Länder, kann man lange überlegen, ob das so schlau ist. Also ich finde, man kann auch mal daran übernachdenken, ob man mal die Tarifverträge wieder ein Stück zusammenführt, aber nützt uns jetzt nichts. Das heißt, natürlich wird es darum gehen, dass auch der Abschluss für die Länder ein Stück Anschluss hält zum Kommunalabschluss. Richtig, wie viel, das werden wir gemeinsam auch ausloten können. Das ist ja auch eine Frage auf der Zeitachse, wie kriegt man das ein Stück mehr synchronisiert? Punkt eins. Punkt zwei, die Stadtstaaten, ich habe eben schon gesagt, die Frage hängt gar nicht so sehr an der Stadtstaatenfrage, sondern es gibt auch Landesbeschäftigte in Stuttgart und Köln und in Frankfurt, die leiden unter hohen Lebenshaltungskosten, vielleicht sogar mehr als in Bremen, wenn man das mal im Vergleich guckt. Na gut, aber jetzt reden wir ja über Hamburg. Ja, aber ich muss ja für ganz Deutschland verhandeln und es ist ja keine Hamburg-Zulage, sondern eine Stadtstaaten-Zulage. Bremen, Hamburg und Berlin ist gar nicht. Genau, aber man hätte ja dann eine Situation, gucken Sie sich Stuttgart mal an, wenn man den Lebenshaltungsindex in Stuttgart, das heißt, wir schaffen womöglich neue Ungerechtigkeiten. Das heißt, ich bin dafür, eher andere kreative Lösungen zu finden und das ist das, was wir jetzt am Verhandlungstisch gemeinsam machen wollen. Treffpunkt Donnerstag in Potsdam. Aber kann man nicht extra Abschlüsse auch für Hamburg, Bremen und Berlin? Genau, das geht eben nicht. Wir haben Tarifeinheit und wir haben eine Situation, dass wir versuchen wollen, für alle TDL-Länder einen fairen Abschluss zu erreichen und keine Sonderlocken für einzelne Städte. Dann sagen Sie doch nochmal konkret zum Abschluss unseres Gesprächs, welche konkreten Angebote nehmen Sie jetzt mit nach Potsdam? Wir haben, wie gesagt, zu allen Forderungen schon Angebote gemacht und da ist klar, dass da noch ein Stück mehr was zum Volumen gesagt werden soll. Ich habe es jetzt in der Süddeutschen, glaube ich, gesagt, es muss Fleisch an den Knochen. Das können wir auch nochmal vegetarisch umformulieren. Ja, natürlich geht es dann um Geld. Es geht dann immer um Geld. Aber wenn man die Struktur hat mit den Einmalzahlungen und dann der linearen Erhöhung, dann ist ja schon klar, in welche Richtung es geht. Also das heißt, diese 3000 Euro Inflationsausgleichsprämie wird da natürlich eine Rolle spielen mit Teilzahlungen als einheitliche Zahlungen und dann mit entsprechenden Raten. Das heißt, daraus bildet sich dann auch ein möglicher Tarifvorschlag ab und das werden wir im Detail in Potsdam sehen und dann werden wir sicherlich danach drüber sprechen. Über welchen Zeitraum geht denn dann so ein lineares Abkommen, über das Sie sprechen? Sind das zehn Jahre? Nein, um Gottes Willen, das ist doch klar. Man muss sich ja seine Wohnung sofort leisten können. Die Forderung ist, also ehrlicherweise, ich bin auch sehr bereit dazu, dass wir sehr schnell auch in eine Auszahlung kommen. Ich bin darauf vorbereitet, dass wir auch für in Hamburg ermöglichen, dass auch noch vor Weihnachten in der Bürgerschaft ein Beschluss gefasst werden kann, damit zum Beispiel eine Einmalzahlung anteilig auch, die wird dann nicht mehr vor Weihnachten aufs Konto kommen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber dass die Bürgerschaft das beschließt und direkt zu Jahresanfang es auch ausgezahlt wird, weil wir ja sehen, dass viele Beschäftigte auch im Moment auch unter der Preissteigerung zu leiden haben. Das heißt, darauf sollten wir vorbereitet sein. Dafür werbe ich, aber dafür müssen wir uns jetzt auch einigen, damit wir schnell auch in die Umsetzung kommen können. Okay, dann nochmal letzte Frage. Vor Weihnachten, Warnstreiks oder Einigung? Ich setze voll drauf die Einigung und bin dazu sehr bereit, sehr kompromissbereit, aber Kompromissbereitschaft braucht man an allen Seiten des Tisches. Vielen Dank Finanzsenator Dr. Andreas Dressel, dass Sie hier bei uns im Podcaststudio bei Hamburg aktuell waren. Vielen Dank und allen Hörerinnen und Hörern eine schöne Vorweihnachtszeit. Hamburg aktuell Das ist euer Stadtnachrichten-Podcast und in der nächsten Ausgabe, also morgen ab 17 Uhr, spreche ich mit meinem Kollegen Patrick Panzer über seine Recherchen zu Planten und Blomen, unserem wunderschönen Park hier in Hamburg. Da lebten nämlich mal Giraffen, Affen und im Hoven. Und das vor nicht allzu langer Zeit. Was es damit auf sich hat, dazu mehr morgen ab 17 Uhr. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und für Kritik, Fragen, Vorschläge und Anregungen könnt ihr euch jederzeit bei uns melden unter stadtnachrichten.de. Ich bin Clemens Benke. Bis dann. Tschüss. Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast vom Radiosender Hamburg 2. Badiosender Hamburg 2.